Mehr Videoüberwachung in Berlin, das will eine Initiative erreichen, die der ehemalige Justizsenate Heilmann von der CDU und der früheren Neuköllner Bürgermeister Hans Buschkowski, SPD, angeschoben haben. Ihr Ziel ein Volksbegehren. Dazu sind in der ersten Stufe 20.000 Unterschriften nötig. Am Alexanderplatz hat die deutsche Polizeigewerkschaft geholfen, diese Unterschriften zu sammeln. Sechs Monate bleiben ab heute um 20.000 Unterstützer zu finden. Insgesamt sollen 50 Kriminalitätsschwerpunkte rund um die Uhr mit Kameras der Polizei beobachtet werden. Darunter ist auch der Alexanderplatz. Erst heute in den frühen Morgenstunden wurde hier ein Mann verprügelt. Er wollte einer Frau helfen, die von einer Männergruppe bedrängt worden war. Zum Thema begrüße ich jetzt Maja Smolczyk. Sie ist die Datenschutzbeauftragte Berlins. Schönen guten Abend erst mal. Guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Aber gerne. Frau Smolczyk, Sie haben eine Pressemitteilung herausgegeben heute, in der Sie in zehn Punkten den Menschen erklären, warum Sie da nicht unterschreiben sollen. Nicht alle zehn Punkte, das würde die Zeitspringen. Aber was stört Sie am meisten? Also wenn man das kurz zusammenfassen möchte, denke ich, dass wenn man diese Bürgerinitiative, also diese Vorlage unterschreibt, etwas bekommt, auf dem Datenschutz draufsteht, aber Überwachung drin ist. Das ist vielleicht kurz zusammengefasst das Problem. Dieses Bürgerbündnis geht von der Überlegung aus, dass Sicherheit in der Stadt Berlin vor allem dadurch erreicht werden kann, dass möglichst viel Videoüberwachung geschaffen werden kann. Diese Annahme, denke ich, ja? Denken Sie, sorry, aber darf ich mal kurz sagen, es gibt ja viele Fahndungserfolge. Denken wir nur an das Videoüberwachung von dem U-Bahn-Träter. Der wäre wahrscheinlich durch Überwachungskameras oder ohne gar nicht gefasst worden. Und da gibt es mehrere Beispiele. Das sind doch eigentlich Argumente, oder? Ja, selbstverständlich sind das Argumente, um an bestimmten Stellen tatsächlich Videoüberwachung zu Hilfe zu nehmen, um besonders kriminalitätsbelastete Orte sicherer zu machen, beziehungsweise zu versuchen, kriminelle Taten aufzuklären. Aber es kann niemals darum gehen, dass man die gesamte Stadt mit Videotechnik auspflastert und darüber hinaus, dass man Techniken verwendet, die sehr, sehr tief in das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Menschen eingreifen. Aber wenn ich verstanden habe, wie kurz, es geht nicht um die ganze Stadt, sondern um 50 Orte, an denen die Kriminalität besonders stark ist. Das heißt also, wenn Sie jetzt dagegen sind, ich sag's mal zugespitzt, Sicherheit kontra Datenschutz? Darum geht es immer. Es geht immer darum, Datenschutz ist ein Grundrecht. Das muss man sich mal überlegen. Und genauso wie Sicherheit natürlich ein Grundbedürfnis der Menschen ist, Grundrechte haben es an sich, dass sie immer in Verhältnis gesetzt werden müssen zu anderen Grundrechten. Das heißt, man muss eine Abwägung vornehmen zwischen den verschiedenen Aspekten. Und zwar immer mit dem Ziel, dass möglichst alle Interessen möglichst optimal realisiert werden. Und genau das ist etwas, was in diesem Gesetzentwurf nicht stattfindet, eine solche Abwägung. Das ist richtig, aber körperliche Unwahrsehrtheit zum Beispiel ist auch ein Grundrecht. Und das soll ja auch abschreckend wirken. Sie sagen aber, nö, abschreckend wirkt das nicht. Woher nehmen Sie Ihre Erkenntnis? Wenn man mal nach London guckt zum Beispiel, wo ja die ganze Stadt schon heute mehr oder weniger mit Videotechnik ausgestattet ist, wird man feststellen, dass es dort keineswegs zu einem Rückgang der Kriminalität gekommen ist, sondern dass die Kriminalität sich verlagert hat, beziehungsweise diejenigen, die Unlauteres im Sinn haben, Mittel und Wege gefunden haben, ihre Ziele zu verwirklichen unter Umgehung dieser Videotechnik. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal vorstellt am Südkreuz, wo Biometrie ausprobiert wird, das kann man ganz einfach aushebeln, indem man sich maskiert oder bestimmte Farbstreifen ins Gesicht schmiert. Also wenn man wirklich etwas zu verbergen hat, dann kann man es auch sehr leicht tun. Aber das Problem in diesem Fall ist ja, dass eine Unmenge von unbescholtenen Bürgern auch überwacht werden. Und wenn man hinzunehmt, dass vielleicht auch biometrische Technik verwendet wird, kann das dann auch abgeglichen werden mit Individualdaten. Und die Menge an unbescholtenen Bürgern kann ja sozusagen für sich entscheiden, ob sie das will oder nicht. Dazu dient ja auch die Unterschriftfragen. Aber erstmal trotzdem vielen Dank für Ihre Einschätzung und für das, was Sie als Argumente ins Feld führen. Wir werden sehen, wie das Ganze weitergeht. Danke, dass Sie da waren. Sehr gerne.